Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge HIFLOT 2 Wir waren hier stehen geblieben, lieber jetzt dieses Tor aufkriegen Die Lösung für das Problem war ja einfach Ich habe jetzt herausgefunden wie man hier visiert, das war schön Einfach hier den Fass kaputt schließen Bam So easy So jetzt brauchen wir auf jeden Fall Granaten Alle tot? Hat da keiner mehr? Okay Warte So 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 nicht. So, voll gehealt. So, rein in unser Fahrzeug und weiter geht's. So, jetzt erstmal eine ganz entspannte Fahrt. Oh, hier sind Vorratskiz. Eine habe ich nicht bekommen. So, jetzt. Ich weiß nicht, ob das Fahrzeug zu laut ist. Nicht, dass es ein bisschen zu laut ist. Für mich scheint das ein bisschen zu laut zu sein. Aber ich hoffe, es klappt. Den nehme ich mit. Komm, vielleicht hat es sich noch eine ab. Ja, natürlich. Habe ich beide? Nein. Schade. Komm. Aha. Ah, da habe ich jetzt beide. Nur den dritten nicht. Aha, ballert ich auch nicht. Oh, okay. No, nein. No. Aua. Uuuh. Ich will nicht sterben. Nein, nein. Nein. Das war aber übel, Chef. Lach nicht. Ich muss jetzt von ganz von Anfang an. Äh, sag das nicht. Ja, gut. Willst du denn etwas? Oh. Oh, jetzt mache ich das besser. Autsch. Aua, eine Rakete hinten reingekommen. Autsch. Das tut doch weh. Das sieht verdächtig nach einer Ladezeit. Lade Daten. Gut. Sollte jetzt innerhalb von ein paar Sekunden soweit sein. Drei, zwei, zwei, eins. Da. Da. Ich meine, hier war irgendwo da. Oh, bitte. Steine hier rausnehmen. Zack. Zack. schon. Upp. So, Leute. Äh, was musste man hier machen? Da. So. Hippie. Schöne Strecken. Nachschaf. Es ist da rum. Kleiner Scham. Oh, kommt da jetzt. Oh, ja, kommt jetzt er. Ach. Kann ich auf mich schießen. Nein. Nein. Au. Ach. Komm, schlägt doch aus! Boah! Gute Woche! Boah, hat da immer wieder ein bisschen Rücksicht. Die war voll scheiße. Die ist gut, aber die scheiße. Da lieber mit der MP da einfach drauf halten. Ruda! Okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Granate hat zu lang gebraucht. Oh, ich hab zu lang gebraucht um Deckung zu gehen! Aber ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Nein, da! Boah, Hilfe! Komm, du musst mir irgendwo in Deckung gehen! Nein! Einen Meter! Einen Meter! Einen Meter! Ja, jetzt mach ich das richtig. Komm, mach die Tür auf! Komm! Da kommt noch mehr! Komm! Da kommt noch mehr! So, jetzt habe ich das richtig gemacht. Jetzt habe ich eine viel bessere Grundbasis, sag ich mal. Da raus zu gehen. Ich will höre Überlebensschwanze. Jetzt weiß ich, dass da direkt hier oben einer ist. Und da in der Ecke ist einer. Ja! Ja, hätte ich früher reingehen müssen. Nein, durchrennen, durchrennen, durchrennen. Jetzt weiter, 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 weiter. Ja, rein. Ja, rein. Boah, ich habe den nicht gesehen. Ich hätte Taschenlampe anmachen müssen. Habe ich jetzt einen Safe Point gehabt oder muss ich jetzt wieder von unten hinrennen? Das wäre auch ein bisschen blöd. Unten natürlich. Komm! Halt es den Maul! Wow! So, ein Versuch noch. Ein Schneiderversuch. Komm! Faller daneben. Ja. Stehen noch. Komm! Durchgehen! So, jetzt schnell durchrennen. So, jetzt schnell durchrennen. Weiter. Ich könnte Munition sparen, sagen wir mal umgehen, aber ich habe ja halbwegs genug Munition für. Ah, da oben. Oder? Das ist auch eine Verarsche. Naja. Ich sag mal mit dem Tod endet diese Folge. Und durch diese Tür gehe ich dann nächste Folge. Bis dahin. Ciao. So, wir醉. Und das ist zehn Story.